Wollten Sie schon immer in einem Original-Fachwerkhaus leben? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit. Die 3-Zimmer-Eigentumswohnung in diesem 1998 kernsanierten Fachwerkhaus in Wuppertal-Sonnborn ist ideal für ein Paar auch mit Kind. Das schicke Esszimmer zeigt viel von dem teilweise geöffneten Fachwerk. Alle Wohnräume wurden aufwendig mit Parkett ausgelegt. Viel Licht fällt in das große Wohnzimmer mit Kamin. Die Küche bietet alle technischen Möglichkeiten eines modernen Haushaltes. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche sowie über eine Badewanne. Viele gestalterische Möglichkeiten bieten sich auch im Schlafzimmer. Der gemeinschaftlich nutzbare Garten ist im Sommer eine Oase der Entspannung. Außerhalb des Garten ist er means. Allespezちょっと dafür.